Willkommen zurück, liebe Leute, zu Yoshi's New Island. Sperrstunde ist angebrochen. In Welt 3, Level 5. So, die Sperrstunde. Oh mein Gott, Shy Guys, die Schilder haben. Bam. Juhu, ein Leben. Ah, ich wusste es. Oh. So. Und, knappum. Mach nur ein Leben. So. Stopp, weg. Danke. Ach, da haben wir schon wieder was. Und das war eine Blume. Ein tanzener Schalgei. So, weg mit dir. Haben wir hier was? Ah, da haben wir auch noch was. Hm, wir kommen ja gut durch. Find ich gut. Oh. Komm, ja. Hier rein kann ich wahrscheinlich nicht. Zack. Oh, nein. Den habe ich. Und die habe ich. Aha. Halt, wartet. Da könnte noch was sein. Nein, ist nicht. Okay. Komm her, du tanzener Schalgei. Juhu. Haben wir schon mal ein bisschen was gefunden. Hier ist nichts. Dann ab durch die Tür. Putschi. Oder Schnuffel. Das ist Schnuffel. Der Hund. Ja, das ist Schnuffel, der Hund. Ist der nicht süß? Er rennt immer in Joshis Blickrichtung. Ja, komm. Und. Ja, und jetzt ist es weg da. Putschi, komm. Puppelchen. Ja, komm hoch. Komm, komm. Ja, fein. So, und. Na, ich wollte doch sagen. Irgendwo hier muss doch was sein. Hm. 7 von 20, 3 von 5. 25 von 30. Ach, danke. Den wollte ich haben. Okay, das war jetzt fies. So. Ich geh jetzt nochmal zurück, weil ich will auf Nummer sicher gehen. Oha. Verdammt. Ich hoffe einfach mal, dass da nichts ist. Aber ich weiß, dass hier was ist. Aha. Da. Da. Da ist nix. Nein. Und rein, nein, die Röhre. Auf die ich schwöre. Die Röhre, auf die ich schwöre. Nein. Nein. Weg. Danke. Sonst ist hier weiter nix. Verdammt. Ich hätte darauf jetzt echt wetten können, dass da was wäre. Aber nun gut. Ach, Yoshi. Warum kannst du die Sache nicht einfach mitnehmen? So. Ja, komm her. Ich will dich haben. Jetzt stellt euch vor, ich hätte die Münze jetzt ausgelassen. Da hätte ich mich doch richtig grün und schwarz geärgert. Grün und blau. Die auch immer. Nein. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen übersehen. Nein. Nein, ich muss da nochmal durch. Ah, ich habe was für übersehen. Ah, nee. Ich hoffe, ich komme da nochmal rein. Ich muss da nochmal rein. Ja, ich komme da nochmal rein. Uh. Wow. Da war ich jetzt echt einmal zu schnell. Au. Verdammt. Nein. Oh, ist jetzt ein Witz, ne? Ich glaube es nicht. Ja, genau. Und jetzt haue ich auch noch hier richtig schön raus, ne? Was ist denn jetzt los? Jetzt verpock ich es gerade richtig. Okay. So. So, tschüss. Das war jetzt echt mehr als dumm. Zwei Leben verschenkt. Oh, nein. Komm her. Ich kriege es nicht, ey. Wie schlecht war das denn jetzt? Ja, komm. Ich kriege es echt nicht, ey. Was war das denn jetzt von mir, bitte? Das war doch mehr als dumm. Okay. So. Weg mit dir. Ich. Oh, nee. So viel dazu. Das wird eine etwas kürzere Folge, die ich mir so dachte. Mal. Ich habe schon wieder einen übersehen. So. Nein. Nein. Ach, nee. Okay, jetzt kann ich jetzt jetzt die Münzen. Ja. Bitte wäre ich jetzt einfach da lang gerannt. Hätte ich mich tierisch geärgert. So. Wunderbar. Wunderbar. So. Danke. 19 von 20. Jetzt passt es. Mann. Gut, ich habe 99 Leben. Ich sollte es jetzt nicht stören. Aber es stört mich halt, dass ich das Level dann nochmal machen musste. Und mir jetzt halt die entsprechenden Eier fehlen. Aha. Aber mir fehlt immer, glaube ich, noch eine Blume, oder? Eine Blume fehlt mir. Wo könnte die denn jetzt sein? Hä? Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo könnte diese eine Blume sein? Ja. Die habe ich scheinbar irgendwo übersehen. Und zwar ganz drastisch. Naja. Ärger in der Scherenschufthöhle. Mehr Ärger als jetzt kann es eh nicht geben. Nein. Cheap, cheaps. Oh. Ist jetzt ein Witz. Jetzt kommen auch noch so welche Typen dazu. Aha. Irgendwas gab es mir. Ich weiß nicht was. Eine Blume. Das ist Eis, oder? Aha. Und wäre da eine rote Münze gewesen? Nein, natürlich nicht. Ähm. Ich meine das. So. Ha. Nein, 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 nein. Ihr seid... Nicht ins Wasser hüpfen. Ach, verdammt. Okay, gut. Okay, Toru. Jetzt guckst du erst mal, was hier unten ist. Erst unten. Äh, verdammt. Und dann oben. Weil dann wahrscheinlich hier... Hä? Eine Blume einfach nur. Okay. Oh. Ernsthaft. Toll, ich hab nichts, um da mit Eiern zu werfen. Ist ein Witz. Nein. Ich hab daneben gezielt. Komm hoch, Cheep, Cheep. Danke. So. Aha. Ah, ich wollte gerade sagen, warum geht denn das nicht? Moment. Der rennt hier mit dem Baum weg? Der Scheiger, der mit dem Baum weg rennt. Okay. Gut, ja. Kann man mal machen. Ich renne auch immer mit einem Baum weg. Mache ich auch täglich. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, nehme ich einen Baum in die Hand und sage mir... Mit dem musst du jetzt laufen. Hey, du blöde Affe. Jetzt komm. Äh... Wer verbockt ist wie dein Letroplay, richtig. Äh, ich will die Münze. Schön, wie ich hier rutsche. Bin ich gut. Bin ich gut. Bin ich gut. So. Erstmal auf die 30 auffüllen. Oh, komm. Und den abklatschen. Nächster. Ich hab ihn abgeklatscht. Aber da oben ist nix, ne? Oh, gut. Och, nö. Schon wieder so eine Hammerpassage. Oder so eine... Und? Ach, tüchter. Dann. Erklärt es mir jetzt nochmal, oder? Ja, Tatsache. Pressluftdinger. Mhm. So. Tum, tütertum, 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 tütertum. So. Nein. Ja, rein. Und da, da. Ah, da. Ja, komm. Ähm. Nein, nein, nein. Oh, nein. Dumm, dummer Trollplay. Ah. Verdammt. War da jetzt eine rote Münze dazwischen oder nicht? Das ist jetzt wirklich eine... Ich denke mal, gute und berechtigte Frage. Ah, ich kann da mal nochmal rein. Gut. Dann machen wir das natürlich. Um ein Gewissen zu beruhigen. Aber wenn man das zeitlich nicht schafft, ist das kein Problem, aber... Na, komm. Ich will immer schön links lang. Achso. Toll, da war gar keiner. Ah, verdammt. Halt. Da war keiner. Hm. Naja, egal. Mein Gewissen ist jetzt sauber. Ich hab kein schlechtes Gewissen. Oh, ich hab 101 Leben. Okay, gut. Ich hab nix gesagt. What the hell? What the hell? What the hell? Das wären... Diese... Ähm... Sterne gewesen. Ah, die werden wir bummen. Tschüss. Tschüss. nein ok ok ah blöde Affe so und Mann komm Affe schwimm Moment mir fehlen sieben ganze Münzen das wollte ich mir doch jetzt nicht erklären oder wieso fehlen mir sieben Münzen wo hab ich denn die jetzt übersehen boah ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge ich bedanke mich ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro haut rein bleibt cremig und wie auch immer tschö tschö